Hallo bei Hockeyshop Forster, hier präsentieren wir euch den 1XR Inland Hockeyskate. Der 1X Inland Hockeyskate hat eine einteilige Kryptonium-Hilo-Schiene und ist extrem leicht und verbindungssteif. Wir haben hier Revision Indoor Rollen verbaut in eine Härte von 74A, zwei 76mm Rollen im vorderen Bereich und zwei 80mm im hinteren Bereich. In den Rollen haben wir zudem Swiss ABEC 9 Kuhlager verarbeitet. Das Außenmaterial besteht aus 3D geformten aluminisierten Composite mit geformter X-Wip Konstruktion für eine bessere Stabilität des Schuhs und für eine bessere Kraftübertragung. Wir haben hier das Stability Lacing System verarbeitet, was die Schnürsenkel an Ort und Stelle hält und sich nicht dadurch so leicht verdrehen und dadurch einen angehnehmeren Sitz im Bereich des Mittelfußes bieten. Außen ist der Schuh im Bereich der Knöchel anatomisch geformt, was eine bessere Unterstützung beim Laufen bietet. Zudem ist der komplette obere Schuh thermoformbar und passt sich dadurch perfekt auf die eigene Fußform an. Das Innenmaterial besteht aus 37,5 Polyester, das bei eigener Körperwärme die Feuchtigkeit schneller verdunsten lässt und dadurch länger der Schuh trocken und leicht bleibt. Zudem haben wir im oberen Bereich des Schuhs eine Total Edge Komfortzone, die ein angenehmeres Tragekomfort bietet. Im Knöchelbereich haben wir eine leichte Memory Schaumpolsterung, die sich perfekt dem Knöchel anpasst und einen angenehmen Sitz bietet. Die dreiteilige, leichte Formfit Filzzunge mit einer dichten Schaumpolsterung mit zusätzlicher Composite Einlage reduziert das Durchdrücken der Schnürsenkel und bietet zusätzlich einen besseren Schutz des Mittelfußes gegen Pucks, Bälle und Stockschläge. Die Composite Außensole bietet eine bessere Haltbarkeit und eine perfekte Kraftübertragung auf die Rollen. Im Innern des Schuhs haben wir eine thermoformbare Speedblade Einlegssole für den perfekten Sitz im Schuh, für eine bessere Balance und Kontrolle ins Gate. Sichern Sie sich jetzt unsere Angebote unter www.hockeyshopfoster.de Hockeyshopfoster is in the game! www.hockeyshopfoster.de